Ja, es ist wild. Es ist Slalomfahren. Du brauchst die Dynamik, die Schnellkraft und auf der anderen Seite muss eine wilde Kraft sein, damit du die Ski so beschleunigen kannst, dass du den internationalen Niveau mithalten kannst. Wie du es nie bekommst, musst du das einfach total vielseitig trainieren. Ich meine, jeder von uns weiß, dass es gefährlich ist. Manfahren ist gefährlich. Punkt. Der, der Kitzbühel gewinnt, der hat auf jeden Fall einen gewissen Ehrenfluss oder einen Status, den er wirklich schwer verdient hat. Streif. One hell of a right. Ab 25. Dezember im Kino.